So, herzlich willkommen liebe Rando-Freunde. Ich begrüße euch heute zum dritten und entscheidenden Match zwischen Maya und Mimsy. Das Match aus der Gruppe Els steht 1 zu 1 und wir sehen heute einen Casual Boots Seed, um zu entscheiden, wer in die Upper Bracket Finals einzieht und gegen Creasy ran darf. An meiner Seite heute der Duden. Grüße auch an den Duden, der ist noch kurz beschäftigt. Ne, ne, alles gut. Guten Abend. Wunderbar. Ja, sollte ja auch schon jeden Moment losgehen. Ja, Casual Boots ist quasi ein Standardstart, nur eben mit Boots und Schwert. Der Onkel gibt uns keine Waffe. Die haben wir ja dann schon. Ansonsten, ähnlich wie in Game 1, genau, der Start. Wir müssen Zelda retten, einmal durchs Castle laufen. Dauert so, naja, ein bisschen weniger als sechs Minuten mit Boots. Aber wenn so wenige auf Bomben gucken müssen, auf jeden Fall beim Start, haben wir die Boots, um Back of Escape aufzumachen. Aber wer nice, wenn wir da irgendwelche finden würden. Richtig. So, da geht's auch schon los. Ja, noch ein bisschen kleiner Screen. Man erkennt, wir finden direkt in der ersten Chestbomben. Schön. Genau. Und hier auch nochmal, da sehen wir es schön beim Wimsy. Er hat, kann man, man kann schon durch die Büsche durchdäschen. Das Schwert kann man zwar noch nicht benutzen, bevor man den Onkel quasi angesprochen hat. Aber solange man dashed, also die Boots benutzt, kann man trotzdem einfach durch die Büsche durchrennen. Als ob man das Schwert schon hätte. Oh, und wir haben fast einen Vanillastart. Wir können den Bloomerang bekommen. Auf jeden Fall auch nice to have. Jetzt können wir dann auch noch den Stun Price checken, wenn wir das wollen. Ansonsten kann es einfach schneller sein, die Gegner zu stunnen und durchzurennen. Gewissen Situationen. Oh, mit Boots und Wert ist das sowieso immer sehr angenehm. Da kann man eh durch die meisten Gegner einfach durchrennen. Da ist immer nice checken. Das war grün Pendant und ein Crystal? War das das grüne Pendant? Also auf jeden Fall, ich glaube, die ersten zwei waren Vanilla und Harrow habe ich jetzt nicht ganz gesehen. Das war ein Crystal. Harrow war auf jeden Fall ein Crystal. Aber Daruk heute hier für uns am Tracken. Der ist eh immer ziemlich schnell, was das angeht. Ja. Genau, also Daruk. Schon bekannt hier unter den Trackern. Sehr froh, dass wir ihn heute hier haben. Er wird uns auch korrigieren und auch nochmal in gewissen Keylogic Sachen oder anderen Sachen, wenn wir nicht aufgepasst haben, helfen. Also wirklich ein sehr wichtiger Job für uns. Ich meine, man könnte sich hier diesen Restream wahrscheinlich auch ohne Kommentatoren angucken. Ohne Tracker wird es schwierig. Also dickes Dankeschön jetzt schon mal. Und ja, dieser Tier, die ersten fünf bis sechs Minuten werden relativ ähnlich sein. Mimsi leicht vorne, aber das will doch nichts heißen. Genau, bei Mimsi haben wir gerade gesehen. Oh, schön, der Spiegel. Jetzt können wir rausnehmen und jetzt. Ah, ich wollte es gerade ansprechen. Verdammt. Mimsi hat gerade den Green Guard hier in dem Raum gestunt. Wenn man das macht und ihn hinterher tötet, dann ist er wieder am Leben, wenn man den Rückweg macht. Man muss ihn quasi noch mal umbringen, damit die Tür aufgeht. Aber jetzt mit dem Spiegel, ich hoffe, das denken beide dran, kann man quasi mit Zelda im Gepäck direkt mirroren unten in der Zelle und spart sich da den ganzen Rückweg. Genau. Ja, was man gerne mal vergisst oder was anfängt, was Anfänger vielleicht auch nicht wissen. Oh mir, Spaß, stimmt fast eine Minute. Ist hier für ein Pot und vier Slashes Strategie gegangen, hat aber den vierten nicht reinbekommen. Jetzt beide wieder gleich auf dadurch. Handschuhe. Ja, beide denken dran an den Mirror. Also hier kein großartiger Timelost bei beiden. Das macht die Escapes natürlich noch mal deutlich schneller. Ja, also beide jetzt wirklich exakt gleich auf. Absolut in sync. Eine Sache, die man natürlich möglichst vermeiden will, ist gegen Wände zu bonken oder gegen Objekte, die man eigentlich nicht bonken möchte, an denen man vorbeigehen möchte. Das kostet wirklich mehr Zeit, als man denkt. Über so ein ganzes Sieg verteilt, kommt da einiges zusammen, wenn man das oft macht. Richtig. Also was hat man gesagt, pro Bonk ungefähr ein bisschen mehr als eine Sekunde. Ja, wenn ich sogar zwei. Ja, also das ist schon immer diese ganze Animation ja quasi umsonst. Richtig. Ich muss die Boots nochmal aufladen. Dieses Bonken, dieses in der Luft verharren, das dauert auch ewig lang. Hier ist jetzt natürlich ein Bonk, den man immer mal nimmt. Das ist hier eine Tür, die man eben aufbonken kann und wo man keine Bombe verschwenden muss, sag ich jetzt mal. Drei Bomben wollen wir jetzt erstmal noch behalten. Genau, nach Casual Boots, nach dem Standardstart, ist es auch ratsam, an die Bonk Rocks zu denken. Die werden auch schon mal öfters vergessen. Aber wirklich fast synchron hier aus dem Escape. Ja, Handschuhe und Spiegel, das ist für mich immer schon so der erste Indikator. Vielleicht führt die Reise bald auf den Berg. Man könnte jetzt auch schon hochgehen, direkt von hier aus. Wäre natürlich noch nicht in Logik ohne die Lampe. Aber mit dem Schwert im Gepäck ist es eigentlich auch keine schlechte Option, sich direkt den Respawn-Punkt da oben zu holen. Richtig. Ist da nochmal ein Item, was vielleicht der Gegner nicht so early hat? Ja, es ist auf jeden Fall ein schöner Gamble, den man früh eingehen kann, finde ich. Man kann dann auch oben, man muss ja gar nicht mal hochgehen, aber wenn man eben den Superspeed benutzt, also mit den Boots, ist das ja relativ leicht möglich, dann auch schnell mal hochzukommen und nochmal das Backrock zu checken. Mit dem Spiegel können wir es auch gleich abholen. Ob man dann schon in Hera reingehen will, ist dann die andere Sache. Ja, die 5er Rupees hier auch ziemlich praktisch am Anfang. Mit dem Gale, was wir sowieso in Kakariko bekommen, sollten wir auch kein Problem mehr haben, den Bottlerender zu bezahlen. Oh, da ist ein Medallion. Oh, da ist das Great Medallion. Wenn sie zeigt, dann ist das nochmal ausgiebig. Ja, erst mit dem Hammer hochgehen oder mit dem Hookshot hochgehen, macht natürlich sehr viel mehr Checks dann auf. Wenn man im Chat auch anmerkt. Es ist halt ein bisschen ein Gamble, das so früh zu machen, aber ich sag mal, den alten Mann retten muss man eh fast immer und bietet sich halt an, direkt nach der Escape. Aber dann hättest du vielleicht jetzt ja auch nicht die Info über das Crack geholt oder so. Man weiß nie. Ja, auf jeden Fall gut, dass beide Runner jetzt darüber Bescheid wissen. Ja. Das ist immer noch ziemlich synchronier. Ja, ich weiß auch gar nicht, wen ich hier favorisieren würde von den beiden. Also, ähm... Gegen Mimsi habe ich selber noch nicht gespielt. War ja auf jeden Fall sehr erfahren. Ähm... Hat auch schon einige große Namen geschlagen in der deutschen Szene. Aber ich denke mal, beide relativ gleich auf bisher. Wird sich jetzt im Verlauf zeigen, ob es noch härmere Skillunterschiede gibt, aber... Ich sehe da eigentlich beide gleich auf im Moment. Ja. Das momentane Standing der beiden, äh, bietet es ja auch so ein bisschen wieder, das 1-1. Und das Ziel her würde ich sagen, Maya ist, äh, vielleicht ein bisschen hier, an der, in der Favoritenrolle. Einfach als Gruppenkopf gesetzt gewesen. Guck mal. Aber, äh... Ich denke, wir sehen hier auf jeden Fall ein spannendes Game mit zwei, äh, Runnern, die hier auf Augenhöhe miteinander... ...laufen können. Ja. Mit zwei Pendants in der Light World, by the way, ist es gar nicht so unrealistisch, dass wir zwei, äh, zwei Medallions brauchen. Das ist richtig. Also, man hört Aga schon so ein bisschen rufen. Ja, und häufig ist es natürlich auch so, wenn man natürlich die Boots und das Schwert schon als Start-Item hat, ähm, dann ist natürlich die Lumberjack Glatch auch nicht weit entfernt. Eigentlich in dem Sinne wirklich nur eine Lampe. Und vielleicht noch ein weiteres Schwert und das Cape, um in den Aga-Tower reinzukommen. Ja. Und da ist der Hupshot. Ja. Also hat es sich vielleicht gelohnt, noch auf den Berg zu warten. Da haben wir jetzt natürlich auch die rechte Seite vom Berg. Ziemlich weit offen. Ich kann mir jetzt schon fast alles machen. Auf der Light-Seite vom Death Mountain. Ja, man hängt ein bisschen davon ab, ob wir, äh... noch Fire brauchen für Harrah. Richtig. Aber ansonsten ist das schon ziemlich attraktiv jetzt da oben. Aber mit dem Hupshot haben wir natürlich auch die Option auf den Harrah-Pod jetzt. Das heißt, wir können es uns sparen, theoretisch, äh, den Key aus dem Basement zu holen in Harrah. Und den Dungeon auf jeden Fall abschließen. Maja kommt sich jetzt hier Bomben. Das kann immer mal auch so ein kleiner, entscheidender Moment sein. Also, es mag jetzt vielleicht gering erscheinen, aber diese 50 Rupees, die man da investiert, äh, können halt den Unterschied machen, ob man sich jetzt vielleicht zum Beispiel später einen Sora leisten kann, der ja auch schon in Logic ist. Und jetzt haben wir noch die Early-Flöte, das heißt, der Berg ist jetzt, äh, ohnehin in Luge. Ja. Also hat es sich definitiv gelohnt, erstmal noch zu warten. Auf jeden Fall. Und nicht gleich, den alten Mann zu retten. Alle Goodies jetzt hier in Kakariko, die den Berg angenehmer machen. Zwei Checks jetzt noch hier unten. Und dann denke ich mal, wenn wir vielleicht... Ja, man hat jetzt eigentlich viele Optionen, tatsächlich. Wir können jetzt erstmal die South Shore, ähm, sag ich jetzt mal, dippen. Durch die Mini Moldom Cave noch mitnehmen, das fände ich eigentlich gar nicht schlecht an der Stelle. Also da mit Mini Moldom und dann vielleicht auf dem Berg. Ich denke mal, du wirst dich jetzt schon relativ schnell in der Richtung Crystal Dungeons bewegen. Ja, ich wollte gerade sagen, nehmen Sie jetzt mit einem kleinen Vorteil dadurch, dass, äh, das Race Game nicht blind abgeholt wurde. Aber holst du jetzt auch noch Bomben und dann geht's jetzt wahrscheinlich für beide gleichzeitig weiter. Und wir sehen Unterschiede. Ja, also das, was Maja macht, ist so das, was ich wahrscheinlich auch machen würde. Erstmal noch schnell diese, sag ich mal, schnellen und kostenlosen sieben Checks da unten abholen. Die Ice Road Cave kann man ja erstmal noch skippen. Ähm. Aber ich kann auch das Play von Mimsy total verstehen. Ähm, vielleicht das etwas aggressivere Play. Aber ich sag mal, wenn du hier unten vielleicht noch den Hammer findest oder das zweite Schwert, dann, ähm, machst du dir halt den Harrow Boss auch. Um einiges leichter. Ich hab beide Plays cool. Ja. Oh, dass wir hier, äh, so früh schon unterschiedliche Routen sehen. Richtig. Macht's jetzt für Druk ein bisschen schwerer, der muss jetzt doppelt aufpassen. Bisher war ja alles synchron. Guck mal, ob sich die Mini Moldom-Cave lohnt. Uh, da sind die Flippers. Und die Huff-Magic, okay. Oh, Loon. Hätte sich drüber streiten. Auf jeden Fall ist der, äh, oder Heng ist auf jeden Fall zumindest über die Flippers-Methode gestorben. Hehe. Das stimmt, aber wir haben ja die Handschuhe, also zur Not kann man das mit nem Sanct-Start immer noch machen. Dann bomben wir uns da oben bei dem, bei dem Grab neben dem Sanctuary. In den Hul-Hin-Room rein, Hul-Hin-Room rein. Oh Gott. Hehe. Das ist ja mal... Ja, also tatsächlich, die South schon nicht ganz so lohnenswert. Nur Herzen. Ja. Echt gespannt, ob wir hier wirklich einen Required-Aga für die Dark-Welt auch haben. Ich meine, wir haben, äh, Flippers, wir haben ein Rookshirt. Das stimmt, ja. Das sind alles so ein bisschen Indikatoren, die schon mal dafür zählen könnten. Und wir haben das Quake. Da sind wir im grünen 20er. Uh, das ist der Hammer. In der Paradox Cave. Also gute Entscheidung hier von Mimsy, äh, erst die rechte Seite vom Berg zu machen. Denn jetzt kann er sich sehr viel besser bewegen auf dem Berg. Kann jetzt direkt rüber gehen zu Hera. Mit dem Hera-Pod kann er auch den Boss sehr einfach jetzt machen mit dem Hammer dann. Und kann dann im Anschluss direkt, ähm, die Spyro Cave noch mitnehmen. Das ist eigentlich so dieses optimale Routing, das man auch haben will. Und hast du das nächste Medallion? Oh Gott, alle Medallien sind heute zig Checks. Oh, jetzt hab ich nicht aufgepasst, was der Hobo hatte. Tut mir leid. Hab ich auch nicht gesehen, aber ich glaub, es war kein, äh, kein Unique-Item. Mimsy entscheidet sich erst mal, äh, gegen Hera und für Spectacle Rock. Ist auch nicht verkehrt. Wir haben den Spiegel, wir kommen direkt quasi wieder hierhin. Ich mein, ja, oh, da ist die Mimsy, okay. Wow. Wow, wenn jetzt noch die Mids hier irgendwo auftauchen, äh, können wir quasi den gesamten Berg gleich, äh, gleich mitnehmen. Also das Bergplay hat sich richtig ausgeteilt, äh, und erst mal die South Shore zu skippen. Denn Maya wurde jetzt natürlich auch durch die Flippers noch dazu verleitet, hier die Sora-Area mitzunehmen. Ja. Mit so wenig Geld für Sora. Ja, ja, Sora ist damit erst mal hart isoliert für längere Zeit. Wir haben zwar den Spiegel und könnten später nochmal das mit Catfish verbinden, aber, ja. Ansonsten Sora-Area auch komplett nichts, nur Rupees. Der Berg auf jeden Fall das bessere Play gewesen jetzt an der Stelle. Ja. Alle Goodies da oben. Haben wir natürlich auch voller Darkhold-Extra-Sets für Mimsy. Wie Maya das jetzt rauchtet. Hättet jetzt auch erst mal den alten Mann. Da sehen wir jetzt den Darkhold-Nap-Check. Ah, Reds sind TT und Ice Palace. Und das letzte Pendant ist auf Turtle Rock. Ja, also wir brauchen nur einen Medaillen. Ja. Dann ist das natürlich sehr interessant, äh, was wir für Maya brauchen werden. Uh, das war knapp. Das war echt knapp, ja. Das Bombus ist ja quasi kostenlos abholbar. Quake war natürlich ein bisschen nervig, aber beide haben die Info darüber. Ich glaube, das Schlimmste wäre jetzt fast IFA. Ja. Im Schlimmsten verlegt IFA auf ein Pad. IFA auf den Pad und, äh, Quake für Tia. Das wäre doch was. Ja. Okay, ein Item und der Big Key in Hera. Also sehr schönes Item-Layout eigentlich. Da sehen wir jetzt den Hera-Pod. Mit dem sogenannten Jokera-Setup. Ah, ein bisschen finicky. Ah, nicht so der Fan-Fan. Nee, das wird jetzt nicht mehr klappen mit der Bob... Nee, das wird jetzt nicht mehr klappen mit der Bob... Ich bin ein Fan vom, äh, Spin-Speed-Setup. Definitiv. Und das ist ja ein Q-Tabani-Spread. Warum, warum ist Maya noch Bunny? Äh, sie hat das eigentlich in Speckrock reingeschaut. Nee, ich glaube nicht. Das ist nicht gut. Das ist auch direkt für Harrah, also das ist... Das, was wir hier zu skippen, ist nicht nice. Nee, auch den Hammer zu skippen ist nicht nice. Ähm... Also Mimsis' Routing geht hier sehr viel besser auf. Overall. Wie sieht, er wird jetzt eine sehr viel... ...einfachereen Boss-Fight haben, wenn er denn den Hammer-Fight beherrscht. Das sind beide Items raus aus Harrah. Nichts Interessantes dabei. Ich meine, das Routing, wie Maya es macht, äh... ...kann man schon mal was machen. Äh, aber Spectacle-Rock-Cave nicht zu checken, finde ich, äh... ...ist riskant. Ist vielleicht auch vergessen worden, einfach. Naja, sie denkt sich vielleicht, okay, das mache ich dann eh danach. Nach Harrah. Ja, und Maya verzichtet hier auch komplett auf den Harrah-Pod und läuft, äh... ...den Vanilla-Weg hoch. Finde ich interessant. Aber gut, wenn man sich natürlich sicherer fühlt, ähm... ...oder beziehungsweise andersrum, wenn man sich nicht so sicher fühlt mit dem Harrah-Pod... ...dann ist das im Zweifelsfall eh schneller. Ja. Also gerade der Set-Up mit den Bomben, wenn man das, äh... ...ein paar Mal nicht schafft, dann ist es fast schneller, einfach hochzulaufen. Ah, okay, also sie hat es schon gesehen. Schreibt doch gerade im Chat. Ah, okay. Also wird sich mal eigentlich auch gepasst. Sie soll danach abholen, genau. Mämm, sie nimmt doch den Hammer. Nooo. Ja, finde ich jetzt... ...etwas riskant. Also macht ihr den Vanilla-Boss-Ford, aber gut gelöst, Münzi. Jo. Da ist ja auch, äh, Living on the Edge. Im wahrsten Sinne, was... ...zusehen. Beide immer schön das Schwert draußen halten, dann kann man kaum von Moldorm hier in den Abgrund gestoßen werden. E-Meyer hat auch beide Items raus. Das zweite Item war hier in der, äh, Kompass-Chest. Ja. Können wir auch nichts beweisen, dass da nichts mehr drin liegt. Oh Gott, das wird geskippt. Oh Gott, das wird geskippt. Ich glaube, für Spiro Cave läuft er nicht mehr. Jetzt überlegt er. Doch. Wow. Oder mit der Flöte. Dann ist der Startpunkt eigentlich eh immer der schnellste. Ja, da wird schon nichts liegen. Ja. Den Check muss man jetzt für sich mental abhaken und sagen, wenn da was liegt, habe ich verloren. Und einfach Konsequenz skippen. Auch wieder interessant, finde ich, jetzt den Weg, den Münzi hier macht, dass man nicht nach Hype Cave zu laufen mit dem Equipment, sondern oben in die Tuckold. Ja. Gerade mit dem Equipment, das wir aktuell haben. Ich meine, du kannst auf jeden Fall jetzt direkt nach Thiefstown gehen. Ähm, was eigentlich ein Rastal ist. Oh, warte mal, ich habe ja schon Map-Check gemacht. Ähm, ja, macht er auch. Also hätte mich jetzt, man hätte jetzt auch nochmal einen Skywoods Dip machen können an der Stelle. Skywoods, gerade die Front, hat ja auch immer gerne mal ein wichtiges Item. Da die Anforderungen natürlich an diese Location nicht so hoch sind. Und sie findet jetzt hier noch ein Herz im Chest-Game. Und ja, checkt auch nochmal alles um Thiefstown drumherum. Wahrscheinlich, um vielleicht nochmal ein bisschen Safeties zu kriegen. Also so richtige Safety-Items haben wir jetzt noch nicht. Kein Burnerstab, kein Cape, keine Bottle. Finde ich verständlich. Ja, definitiv. Jetzt auch noch das C-Shaped-Haus da auch noch mit. Aber ich denke mal, dann wird es nach Thiefstown gehen. Mach jetzt auch mit dem Hammer. Eine leere Bottle. Eine leere Bottle, na toll. Ja, aber jetzt wird auch direkt das Secret gecheckt. Der Spiegel ist schon ausgerüstet. Smart, ja. Man könnte jetzt natürlich auch nochmal sich eine Red Goo kaufen. Tatsächlich hier. Geld wäre vorhanden, aber das ist eh schon relativ knapp bemessen aktuell. Ja. Vor allem, falls wir dann demnächst irgendwann vielleicht nach Port wollen. Ja. Das Rechmeldspiel muss man auch noch bezahlen. Das ist auch noch relativ teuer. Aber 80 Euro ist für Sticking Games. Ja. Man muss es halt haben, wenn man reinkommt. Richtig. Auf Maya Seite jetzt Spiral Cave. Das könnte ein sehr wichtiger Check sein. Gerade für Mimensee. Uh, okay. Ja, also die Bottle würde er nicht unbedingt brauchen. Wir haben ja gesehen, es geht jetzt auch mit nichts Interessantem. Da war jetzt auch keine nette Füllung drin. Also ich meine, Biene ist zwar nicht schlecht zu haben, aber so spät im Spiel brauchst du das eigentlich nicht mehr und wirst lieber eine Potion oder vielleicht sogar eine Fairy haben. Zwei Items in der Front in Thief's Town. Wobei das bisher nur so Trash. Und Maya nimmt die andere Route in die Dark World, zumindest wir können anfangen. Die du angesprochen hattest, genau. Gut, erst mal was hat, Kepferd. Uh. Oh, okay. Ja, äh. Ten oder Ten, würde ich sagen. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Die Mützen sind supergut. Vor allen Dingen in Kombination mit dem Spiegel jetzt. Und bevor man nach Wildshot Outcast kommt. Und also da... Diesmal vielleicht Maya mit dem etwas glücklicheren Routing. Und geht jetzt auch... Ja, klar. Geht jetzt auch direkt für Swamp. Ja, warum nicht? Das ist, äh... Ja. Wir haben alles für den Dungeon. Ist jetzt vielleicht auch nicht der angenehmste Dungeon mit dem Fightersword. Und der Boss-Fight kann dann ein bisschen länger dauern. Ja, aber in Swamp selbst werden wir ja nicht viel töten müssen. Von daher ist tatsächlich der Boss-Fight eigentlich so das einzig Schlimme. Aber Swamp auch bekannt dafür gerne mal ein Schwert zu haben. Das stimmt, ähm... Die Sache ist halt, ähm... Warum ich das nicht ganz so gerne mache, ist, äh... Diese Entscheidung, gehe ich Left-Fight oder nicht? Machst du dir damit ein bisschen schwieriger, finde ich. Ähm... Gerade sind wir hier schon die Karte. Das ist schon mal ein schlechtes oben. Ich finde, aber gerade, wenn man's early machen kann, dann fällt mir persönlich die Entscheidung nicht so schwer. Wird einfach, es gibt... Einfach, weil man noch vier anderen ist auch gemacht. Ähm... Klar, wenn du später reinkommst, dann hast du noch so ein bisschen den Überblick. Okay, was brauche ich noch? Wie viele Items? Und, äh... Sollte ich es vielleicht doch lieber zu sicherheitszwecken machen oder nicht? Hm... Also normalerweise wäre ich bei dir aber jetzt gerade mit der Map in der ersten Chest. Puh... Also dann... Ich will ja auch immer, dass sich mein... Mein Play quasi lohnt. Und dann, finde ich, muss man mal ein bisschen committen. Aber es ist natürlich ein hässliches Zeit-Investment. Maja kann, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass man sie großartig was anderes macht. Weil, ich würde behaupten, äh... Es ist nicht so häufig, dass man mit dem Equipment oben in die Dark-Böld geht. Da gebe ich die Rechte, ja. Hm... Sehen wir auch hier Mimsy. Der muss jetzt hier ein bisschen aufpassen. Ist leider aus dem Skript gekommen. Oh no! Stirbt hier! Hat man ja leider das Skript verpasst. Und das passiert dann eben. Also... Blind, wenn man dem Skript folgt, ist es halt relativ... Free, sag ich jetzt mal. Nicht wirklich, aber es ist... Nicht der Skript, aber wenn man hundertprozentig das Skript hat, dann ist es tatsächlich, äh... Ja. Ja, ich... Ja, Free klingt immer so doof, aber... Ja, deswegen, ich wollte... Ich wollte es jetzt auch nicht. Wenn man das Skript hundertprozentig beherrscht, wird man kein Damage bei dem Boss. Ja. Einfach perfekt spielen vorhört und dann ist der Boss Free. Ja, aber nehmen Sie das... Ich habe jetzt leider auch nicht ganz aufgepasst, ob wir all items schon raus hatten aus Thiefstown. Nee, da müsste ich auch, äh... Beim Sie selbst mal gucken. Oder ich habe da hoch aufgepasst. Darum passt immer auf. Oh, das fühlt sich jetzt, äh... Sehr, sehr schlimm an, glaube ich. Und wir sehen jetzt auch, die Maja Seite direkt die Left Side, und zwar ohne Diver Down. Was... Bisschen unorthodoxes. Also... Weil, wenn du eh schon den Diver Down nicht machen willst, dann finde ich, lohnt es sich eigentlich mehr, erst nach hinten durchzugehen. Vor allen Dingen, wenn du den Biki noch nicht gefunden hast. Oder eben, wenn du direkt die Left Side mitnimmst, dann mit Diver Down, weil du dann doch deutliche Sekunden sparst. Ja. Ja, wenn man nochmal extra in den Daniel reinkommt, dann lohnt es sich kaum noch. Da muss man ja wirklich, äh... Ziemlich schnell und... Ziemlich gut beherrschen, aber... Wenn man Left Side direkt macht, sehe ich das genauso. Ja. Aber dann schauen wir mal, ob sich die Left Side lohnt. Der dritte Bottle. Okay. Und die Lampe. Okay. Äh, würde ich sagen, hat sich sehr gelohnt, ist unsere erste Feuerkönung. Und je nachdem, wo hier noch Iron Road liegt. Wollte ich gerade sagen, davon hängt das alles ab. Ähm... Ist jetzt aber nicht so... Ja, es kann auf jeden Fall über den Seed verteilt noch viel Zeit sparen, sagen wir es so. Auf jeden Fall. Die Schließung jetzt noch abschließen. Ja, die ganzen Darkrooms kommen ja erst noch. Also logisch abschließen quasi. Aber ich finde die Lampe an der Stelle echt stark. Ja. Okay, was Daug sagt, vielleicht auch nochmal. Äh, Mai hat längere... Außerform-Brendum genommen. Also da vielleicht jetzt auch dieses... Deswegen vielleicht dieses etwas sicherere Play. Aber wir sehen uns jetzt doch noch einen Diver Down. Und da ist die Lampe vielleicht dann auch nicht verkehrt. Wirst du wahrscheinlich auch begrüßen. Auf jeden Fall. Und du bist das auch hier an der Stelle. Da würde es mich aber trotzdem ein bisschen das mal ja vorher, dass... Da bei Down-Server für die Left-Zeit nicht gemacht hat. Ich weiß nicht genau, wie es dann mit der Herz-Situation aussah. Die Heuschrecken tun auch richtig weh. Weil diese diese Wasserhüpfer... Und da würde sie da ein bisschen, äh... Herzen sparen. Aber zumindest das Setup, was ich vorhin gemacht habe, hier mit den Bomben, das funktioniert genauso auch der Left-Zeit. Ja, ich weiß von einigen Runnern, dass die das tatsächlich nicht so gerne haben. Ähm... Quasi das Bomben-Setup für die Left-Zeit. Aber dann hier, wie es Mai uns gezeigt hat, äh... Quasi nach hinten durch nicht das Problem hat. Oh, und wir sehen jetzt hier einen Raum, den wir fast nie sehen ins Wurm. Kennt man da eigentlich? Wir haben einen Doors, habe ich den manchmal genommen. Kleiner Refill-Raum. Das haben wir zwei extra Herzen. Ja, mit Fightersword bei Argus. Ich meine, wir haben die Red-Gruhe jetzt, aber... Vor alle Fälle. Also hätten wir den Fire-Rod oder die Silver, das wäre der Fight ein bisschen leichter. Jetzt arbeitet Mai mit Double Spins, okay. Oh, das sieht so gut aus. Ja, die Alternative wäre ein Man-You-Fight. Ich meine, wir haben noch nicht so viel im Menü, also das würde wahrscheinlich relativ schnell gehen. Aber das sieht echt gut aus. Ne, das ist so gut. Ja, Mimsi währenddessen, er hatte jetzt die South schon nachgeholt, hat dann seine Flippers in die Maulung gefunden, so... Na gut, dann gehe ich eben gleich wieder zurück. Hat eigentlich ganz gut für ihn jetzt gepasst, kann jetzt auch direkt nach Swarm. Ich würde gespannt sein, ob Mimsi jetzt auch die Left-Fair mitnimmt. Hat jetzt halt auch schon zwei Skips gemacht, unfreiwillig, durch zwei Tode. Also, was heißt Skips? Blind wird auf jeden Fall noch nachgeholt. Ja. Aber wenn man sich da vielleicht schon so ein bisschen unsicher fühlt, deswegen, dann kann das entweder in die eine oder die andere Richtung ausschlagen. Entweder skippt man dann umso mehr, um Zeit aufzuholen. Oder man versucht auch auf Locations wie Left-Set Swamp irgendwie die Progression zu finden. Ja, und da ist tatsächlich noch ein Item in der Big Chest in Swamp. Das ist jetzt eine ganz doofe Situation für Maya. Wäre sie erst durchgegangen, hätte sie jetzt quasi drei Items auf einmal holen können. Jetzt ist... Ja. Geht sie nochmal für das eine letzte Item rein. Okay. Also spielt sie da jetzt hier ganz sicher, tatsächlich. Mal gucken, wie Mimsi das jetzt macht. Aber ich denke, für drei Items... Also sollte er durchgehen, würde er nochmal reingehen. Weil das ist sehr aggressiv. Aber das ist auch nur konsequent. Ja. Also ich glaube, so aggressiv würde er jetzt nicht spielen. Ansonsten der nächste logische Schritt wäre wahrscheinlich nach Pot zu gehen jetzt an der Stelle. Uh. Okay, hat sich gelohnt der Weg? Ja, so früh im Sieb würde ich auch behaupten. Na, auf alle Fälle. Also vor allen Dingen, wenn wir Maya noch machen müssen, wenn wir bis dahin kein Schwert finden sollten, ist das Gold wert. Absolut. Also Vitry ist ein absoluter Witz mit den Silver Arrows. Und jetzt würde manchen oder vielen Runnern auch schon ein Master Sword reichen, um einen komfortablen Go Mode zu haben. Ja. Für den Ganon Fight. Plus, wenn Mimsi nicht wieder reingeht, sehen wir keine Silvers und keine Lampe. Oh ja, das wäre natürlich sehr schwer. Der Ganon Fight wird, je nachdem auf was für einem Schwert wir am Ende landen, sehr, sehr anspruchsvoll. Das stimmt, ja. Also ohne Lampe hast du dann auch gerne die Silvers, dann bist du nicht so abhängig vom Torch Glitch. Und der Torch Glitch ist natürlich sehr viel leichter aufzusetzen mit der Lampe, statt mit dem Fire Rod. Ja. Ja, aber Mimsi kann das dann, wenn er denn reingeht, ein bisschen effizienter machen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Mal so frech und behaupte das. Ja, Mimsi hat halt auch viel auf jetzt, ne? Ja. Ich meine, vielleicht ein bisschen ein Segen. Wir wissen halt auch schon, wo das Bombos liegt. Und mit dem Bombos wäre natürlich auch Ice Palace schon offen. Richtig, wir können auf den Dark Death Mountain mit in Mids. Wir können Maya Area schon checken komplett. Ja. Also die Welt steht uns offen. Also mir würde vielleicht so ein schneller, schnelles Maya Play ein bisschen besser gefallen. Aber was Maya macht, ist auch nicht schlecht. Hier so eine schöne Runde, sozusagen Clean Up. Vom Swamp Palace aus nochmal die ganzen Mirror Checks und Mids Checks jetzt hier mit einem Abwasch mitzunehmen. Finde ich auch okay. Ja. Finde ich, wenn sie die Purple Chest löst, ob sie die überhaupt mitnimmt. Mh, das stimmt. Oder auf dem Bild quasi wie das Anstieg das letzte Medellchen. Wow. Auch quasi Invisible Track, ne? Also... Ja, stimmt. Und nur alle drei konnten wir sehen. Nehmen sie jetzt auch durch mit den ganzen kleinen Puffs von Argus. Setzt jetzt hier auch auf Spin Strats. Man könnte jetzt hier auch den Hammer benutzen. Dann bräuchte man nur vier Hits statt acht. Aber ist natürlich ein bisschen schwieriger zu treffen. Und bevor einem dann der Argus entwischt, so wie hier jetzt zum Beispiel, dann kann man es auch lieber safe spielen. Ich weiß, ich glaube ein Argus-Hit auf Green Male, also ein direkter auf dem Body, macht glaube ich sogar zwei Herzensschaden. Also, dann lieber vielleicht ein bisschen safe spielen. Ja, genau. Da mal ein bisschen aufpassen, dass man nicht über dem Argus steht, wenn man ihn trifft. Denn der fliegt dann immer nach oben. Ne, da ist echt better safe than sorry. Da will man echt nicht sterben. Okay, ich dachte, Minzy geht nicht noch mal rein. Aber nein. Also, ich denke, er wird sich jetzt hier auch alles abholen. Seine Lampe und seine Silvers. Er wird sich sehr freuen, denke ich. Ja. Oder er entscheidet sich nach den Silvers schon wieder rauszugehen. Das wäre dann... Das wäre eigentlich sogar okay, sollte jetzt der Firerot nicht die Lampe gelockt werden. Dem, wie sicher er sich dann... Ah, ne, er geht noch weiter. Aber ja, wie gesagt, ich denke mal, dieses kleine Zeitinvestment hier, um sich die Lampe zu holen, gemessen daran, dass wir noch alle Darkrooms vor uns haben, ist gar nicht mal so schlimm. Denke ich auch. Wart sich halt das ganze Darkmace da langsam zu machen. Der Maya-Raum. Die Räume werden sehr viel sicherer und schneller. Und wie gesagt, der Torchglitch. Falls man ihn denn noch machen möchte. Ist ja mit Master Sword und Silvers auch manchmal nicht schlecht, den zu haben. Ja, also die Kombination aus Lampe und Silvers, die ist schon echt stark. Hm. Ja, und wenn wir jetzt hier nochmal sehen werden, werden beide noch ein bisschen Checks von den anderen nachholen. Immer danach wird es wahrscheinlich Richtung Pott gehen. Für Mimsy, für ihn macht es am meisten Sinn einfach. Ja, vielleicht dann sogar, je nachdem, was wir finden, eine Route über die Pyramide, Catfish, Zora. Die haben wir noch nicht gesehen auf seiner Seite. Und dann quasi... Mimsy war noch gar nicht in der Zora-Area, stimmt. Wenn wir dann schon die Feuerquelle hätten, könnten wir von Zora direkt nach Ice Palace. Was wäre das für eine coole Route. Ja, vielleicht auch ein schneller Bergtrip. Genau deswegen wäre auch nicht unbedingt verkehrt. Also, diese Medaillen-Info wird langsam echt interessant. Vor allem im Hinblick darauf, ob wir noch Aga machen müssen oder nicht. Ja. Denn auch da wäre dann die Lampe sehr praktisch. Jetzt nach der Lampe lohnt es sich schon fast, mal kurz in die My Area zu flöten. Ja. Und sich die Info zu holen. Wäre auch mein erster Stop gewesen. Also, du hast da einfach drei sehr schnelle Checks. Du hast die Info natürlich, welches der Medaillen-Info denn abholen muss. Okay. Aber, nein. Es geht doch erst in die PodEastern-Area. Ich muss beide erstmal im Unklaren lassen. Ja. Echt krass. Wissen ist manchmal echt Macht. Aber, klar. Ich meine, wenn du Crystal Dungeons fullclean kannst und dir eh noch ein bisschen was für Go-Mod fehlt. Warum nicht? Aber so viel ist das Pod der Zell gar nicht mehr. Ne. Also, es ist definitiv noch der Sumaria. Es ist definitiv noch der Fire Rod. Mimsi weiß von zwei Medaillens. Maja weiß von allen dreien. Hat auch schon eins. Master Sword. Master Sword. Hätten wir auch early haben können. Das stimmt. Das ist im Casual Boots auch eine interessante Variante. Quasi nach dem Escape einfach mal direkt zu Sascha zu gehen. Brauchst du auch keine Bomben dafür. Gerade mit Pendant Eastern kann man das mal machen. Quasi wie der Onkel-Start beim Casual Boots, finde ich. Das habe ich natürlich wieder nicht aufgepasst, ob jetzt noch ein Item of Plight lag oder nicht. Daru hat vorhin geschrieben, dass nur noch der Kompass auf Blind liegt. Also, Mimsi wird später wahrscheinlich jetzt, keine Ahnung, auf ein Schwert gewartet haben. Mit Sword Beams ist der Refight auf jeden Fall angenehmer. Ja. Den Burner hat er ja auch gerade bekommen, also der macht das ja mit Half-Magic eigentlich auch trivial, den Blind-Fight. Ja. Kann man eigentlich den gesamten Fight über, äh, nur mit Burner dastehen. Ja, und bei Blind jetzt zu sterben mit den Boots, du kommst halt schnell wieder hin. Das ist eigentlich halb so wild. Ja. Also, das gar nicht mal der Größte. Also, ich glaube, man darf auch nicht vergessen, hier in so einem Race, das, äh, macht mental halt auch was mit einem, bei so einem Boss zu sterben. Das stimmt. Da muss man sich erstmal wieder von los schütteln. Maja hat hier ein richtig schönes Blind-Script. Das sah ziemlich perfekt aus, ja. Sehr schön auf heute. Und wie der Ruck gesagt hat, es lag nur der Kompass auf dem Bus. Ja, und da kommen auch alle Zuschauer von Speed Gaming Deutsch 2. Schönen guten Abend hier, bei Maja gegen Mimsi. Äh, bei der Kompass. Beide Runner relativ gleich auf. Also, es ist ziemlich spannend. Das ist hier Spiel 3 zwischen den beiden Casual Boots. Äh, wird sich, äh, entscheiden, wer gegen Creasy im Winners Bracket Final antritt. In der Gruppe 11. Und jetzt sehen wir, glaube ich, endlich den Maja. Ne, Maja. Pack von Maja. Entschuldigung. Genau. So, nochmal für alle, die jetzt erst dazu gekommen sind. Wir haben, äh, Quake of Aga liegen. Und wir brauchen Ether. Oh, okay. Wow. Okay. Schade. Damit ist alles erledigt. Langweilig. Ja, vielleicht haben wir noch Progression in TR, da kennen wir das Medaillen noch nicht. Hm. Naja, ich hoffe ja noch auf den Fire Rod in Ice Palace. Das wäre noch, das wäre jetzt noch das einzig Schöne. Ähm, ja. Hätte was. Na, das Bombos-Modellen haben wir auch schon gesehen. Das liegt auf Loading Island. Oh. Maja, ich glaube, das wolltest du nicht. I don't know. Äh, ja. So wie es bisher gespielt hat, wird sie es direkt nachholen, denke ich mal. Ah, jetzt mit dem Equipment, ähm, beziehungsweise nicht mit dem Equipment, aber ohne, ohne den Sumaria nach Maja reinzugehen, ist ein bisschen doof. Ich denke, bei den Optionen, die uns noch offen stehen, wird Maja das auch nicht machen. Nee. Gehe ich auch nicht voraus. Das wäre schon ein sehr heftiges Gamble. Ich meine, gut, den Vicky müssen wir eh suchen und da ist der Fire Rod. Wow. Okay. Ähm. Jo, Sumaria fehlt uns noch für den Gormod, richtig? Also Maja zwar noch das eine Schwert, aber das, denke ich mal, wird sie auch mitnehmen auf dem Weg nach Port. Ansonsten sind wir Sumaria von Gormod entfernt, tatsächlich. Damit ist auch Aga gestorben, weil, äh, Jacks in Turtle Rock interessieren uns jetzt überhaupt nicht mehr. Hm. Ja, stimmt, der Fire Rod hätte noch theoretisch in Turtle Rock sein können, das wäre ja auch richtig fies gewesen. Und Maja jetzt auch direkt auf dem Weg zur Motte. Sehr interessant, wie sich, äh, die beiden Routen so früh aufgeteilt haben. Ja. Ja, es ist halt, ne, mit Hammer und Mitz so früh available, da hast du halt auch viele Optionen. Dann der Spiegel noch dazu. Ja, auch wie du schon gesagt hast, ich denke, einen Turtle Rock werden wir heute leider nicht sehen, auch wenn wir beide Routes schon haben. Ja, es ist auch rein logisch nichts mehr in, 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 was in TA sein könnte, was uns irgendwie noch locken könnte. Ich mein, da könnten noch die letzten zwei Schwerter drin liegen. Das wäre vielleicht das einzig Interessante noch. Aber, dafür gehst du jetzt auch nicht mehr noch Turtle Rock rein. Also, ich denke, die meisten wären zufrieden mit Silvers Plus Master Sword als Gormod für den Ganon Fight. Ja, dann hat sich Letzte Swap gleich doppelt ausgezahlt, wenn es wirklich so sein sollte. Ja. Mimsy hat sich ja auch leider treffen lassen in, äh, Back of God. Würde man die Swap-Deams eigentlich gern behalten, um die Schalter umzulegen. Ja. Aber mit Quick Swap ist das jetzt nicht mehr eine ganz so große Sache. Früher war das natürlich richtig schlimm, weil man da immer menuen musste und... Na gut, also... Aber auf jeden Fall, Quick Swap hat dieses Problem etwas, äh, weniger schlimm gemacht, sag ich jetzt mal. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber Quick Swap an sich natürlich auch was, was man, was gelernt sein muss. Also, das ist gar nicht mal so einfach. Ja, der Tracker, äh, hilft, äh, auf jeden Fall enorm. Ja. Man gucken kann, okay, in welche Richtung muss ich wie weit... Da guck ich auch immer drauf, die ganzen Zeit. Wenn ich Quick Swap bin. So, Maya, jetzt... Ziemlich einfach ein Mottenfight gehabt und wird mit der vierten Bottle belohnt, tatsächlich. Wow. Ah, so, so trivial war der Mottenfight gar nicht. Hat sich lange oben in den Spikes versteckt. Nee. War schön mit dem Fire-Rot gelöst. Genau. Mach die Magieleiste komplett aufgebraucht bei dem Fight. Ja, das ist halt das Fiese bei dem Boss, ne? Ich meine, du triffst ihn und wenn er dann in die Spikes fliegt, ähm, dann wird einfach dein, dein Damage negiert und... ...machst gar keinen Schaden bei der Motte, weil sie einfach von den Spikes keinen Schaden kriegen kann und der Schaden wird dann sozusagen von den Spikes überschrieben. Alles ziemlich nervig. Also der wahre Boss sind da die Spikes eigentlich. Auf jeden Fall. Oder die Arena. Ja, und nehmen sie jetzt hier auch. Mit dem Pop-Boss down. Ein Schuss mit dem Silver Arrow reicht dann. Sobald die Maske runter ist. Und da sein dritten Kristall. Oh, ich denke, bei Mimsi sehen wir jetzt auch entweder einen Check von der Meier Area oder eventuellen Trip auf den Berg. Ja, das ist natürlich die Option, hier gleich noch nach Eastern zu gehen, was aber... Ja. Ich glaube, dafür haben wir zu viele Möglichkeiten. Ja, ich denke auch. Du willst auf jeden Fall erstmal, ähm, das, das Info über das Medaillen haben. Das ist das Wichtigste, nachdem du ja eh schon zwei gesehen hast. Mimsi natürlich, er hat das IFA noch nicht. Also, er wird dann nur sehen, okay, es ist auf jeden Fall nichts von den beiden, die ich schon kenne. Ich muss nochmal woanders suchen. Ja, das IFA-Medaillen lag bei den Hammer-Plaques. Hm. Hm, auch so ein Punkt, wo Mimsi vielleicht nicht als erstes suchen wird, glaube ich. Nee, sehe ich ihn auch tatsächlich erstmal länger noch nicht. Ich denke mal, als nächstes... ...wahrscheinlich auf dem Berg erst mal. Nach dem Blind Refight kann man sich's auf jeden Fall anschauen. Ich denke auch, jetzt mit der FireRot wird es sich vielleicht anbieten, Motte Blind Refight und, äh... ...entürlich die Smith Chain dann zu machen. Äh... Er hat den FireRot aber gerade nicht abgeholt, oder? Hm, äh... ...das jetzt... ...war er bei der Checkerboard-Kilf? Ich glaube nicht. Nee. Recht gesehen. Das ist, äh, natürlich dann nicht so gut. Uh. Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt Intentional war. Ich kann's mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass... Nee. Ist dann kein Problem. Kann ich mir auch nicht denken. Ja, vor allem in die Area kommst du halt auch eigentlich nicht mehr, wenn du nicht, äh, aktiv Desert machen möchtest... ...oder das Medaillin quasi für Misery Meyer hast. Nehmen Sie heute jetzt hier die Klippers-Checks in der Light World nach. Äh, war aber, glaube ich, auch noch nicht bei Catfish oder bei der Pyramide. Ist etwas ungewöhnlich, weil man die jetzt eigentlich alles schön kombinieren könnte, vor allen Dingen mit dem Spiegel. Ja, vor allem, wenn man gerade aus Port rauskommt, kann man eigentlich auch, äh, hier den Hobo schön aus der Dark World raus mitnehmen. Das stimmt, ja. Und dann von da aus direkt zur Pyramide, vielleicht Catfish-Zora mitnehmen. Okay, das ist jetzt, wie gesagt... Ich meine, das Beste, was mir jetzt passieren kann, ist, dass er jetzt hier noch irgendwie den... ...Somaria findet, aber das meiste haben wir von Maya schon gesehen. Also wenn er auch... Sora selbst. Ja, Sora selbst, genau. Weil den Catfish würde er uns jetzt auch nicht zeigen. Gut, während bei Maya ist jetzt alles relativ straight-forward. So, aber es wird sich jetzt ihren Master Sword abholen, wird Port abschließen. Dann kann sie auch direkt nach Ice Palace gehen. Der Dungeon ist nicht so angenehm ohne den Sumaria, aber... Ich bin gespannt, ob sie sich vorher das Bombos vielleicht abholt, da weiß ich auch schon von Bescheid. Ah, ooooh. Aber wenn der Sumaria oben auch in Bookshot Cave liegt, das würde ich natürlich auf jeden Fall schneller machen. Also es ist eine Überlegung wertvoll, um hochzukommen. Das sind wir alle Fälle. Ah, ich weiß nicht. Also ich glaube auch Maya, wie gesagt, schon ziemlich erfahren. Also der Ice Palace Bomb Jump würde es jetzt nicht abschrecken, nach Ice Palace zu gehen. Natürlich hätte man gerne den Sumaria, macht es halt sehr viel angenehmer. Aber ich glaube, den Berg möchtest du eigentlich zum Schluss haben, wenn es geht. Also als letzte Nation sozusagen. Vor allem können wir das Bombos dann auch eigentlich liegen lassen. Und mit Half-Magic ist Cold Stay ja auch nicht gerade der schwerste Boss. Ja, ich weiß auch nicht. Also wir haben ja noch vier Bottles, also zur Not kannst du auch nochmal einkaufen, fliegen. Mehr als genügend Rupees sind da. Ich glaube auch zwei Red Goose sind auch vorhanden. Der Pilz macht es jetzt eh nochmal attraktiver. Den kann man dann auch gleich nochmal mit abgeben. Und so, by the way, vorher nur ein Schild. Okay, Mimsi öffnet jetzt schon mal das... ...Portal oben bei Turtle Rock. Also er wird Turtle Rock an sich noch nicht öffnen können, weil er noch kein einziges Medaillen hat. Oh nee, er holt jetzt Fire Location. Okay. Ja, man wird dann unten in die Dark World gehen wahrscheinlich. Ja, okay. Das ist ja egal, ob wir mit Turtle Rock von oben oder von unten anfangen. Ja, also für ihn bleibt hauptsächlich zu hoffen, dass er jetzt den Eincheck in Checkerboard nicht für immer vergisst. Ich weiß jetzt auch nicht, ob er mit Map-Tracker spielt. Und müsste da noch so ein kleines grünes Pünktchen sein in der Maya-Area. Ja. Gibt ja auch Spieler, die ohne Map-Tracker spielen. Das ist dann natürlich ein bisschen gefährlicher. Wenn man sich sowas dann schon mental abgehakt hat und dann nie wieder hingeht. Aber Mimsi wird sich jetzt ziemlich sicher auch das Bombas dann abholen. Und ja, damit dann später wahrscheinlich schon meistens laufen. Jo, vor allem, wenn der Sumeria, oh, wir haben einen Temperazot. das ist auf jeden fall sehr viel einfacher aber wenn er so maria hier zeitnah auftaucht dann hat man ja auf jeden fall relativ großen vorsprung ja das auf alle fälle kommt ganz am anwalt jetzt natürlich ist jetzt hier so ganz okay für sie auf jeden fall zu hoffen dass der so maria für sie nicht vor dem feier wird kommen so rum weil je nachdem ist dann die option und da wissen wir da liegt nichts für uns was ja denn für medallien braucht dann wollen wir mal nicht hoffen dass sie den so maria findet ja schlimmsten fall macht er jetzt tatsächlich agga um den feier dort in theater zu suchen aber das sollte wirklich so seine allerletzte der allerletzte notlage sein glaubt nicht dass du das direkt machst jetzt nee nee das wäre ein sehr sehr großer gamble ja für ein item oder ja doch dann ein item weil ohne somaria machst du sowieso nicht das ist was du wirklich nicht machen willst den feier dort in tier so und vor allen dingen kennt ja vor allen dingen wenn du dafür noch agga machen muss ich bin ja oh gott viel zu bäden ok wir haben jetzt erst mal noch denken ja denk an die checkerboard cave ja ich meine ice palace kann das natürlich easy machen also hat zwar den feier und nicht aber der boss sollte mit dem temp hat auch kein problem sein plus bonbons er wird ihn halt voll klären aber ich sehe doch mal ja erstmal noch ice palace full klären bevor sie auf den berg geht auf jeden fall ist christel dann in denen den wachst du vorher es hängt jetzt alles davon ab ob sie immer noch checkerboard cave irgendwie auf dem schirm hat hoffentlich ja also hier wegen dem check gegen fehler am ende zu verlieren wäre sehr an lucky ja besonders in so einem game 3 natürlich das ist da willst du nicht dass dir das passiert weil er auch sehr stark gespielt bisher und auch vieles seiner im routing hat mir an vielen stellen sehr gut gefallen und ist gut aufgegangen das routing von beiden hatte ein paar vor und nachteile ja aber mir hat das frühe berg bleibt wirklich gut gefallen ja man ja viel jetzt nur noch zwei kristalle immer da sind sie aber auch relativ gleich auf auch wenn es jetzt aktuell noch nicht so erscheinen mag aber skywood ist halt ein sehr schneller kristall tt muss auch nur noch der boss gelegt werden von memsie da ist ja der rest schon erledigt bleibt ist schon im boss raum quasi ja also das sind keine langen angelegenheiten mehr skywoods genauso wenig der fahrer würde ja auch da wir haben das die fand noch auf wenn sie seite kommt ein bisschen darauf an wie rum wir da laufen aber je nachdem könnte skywoods dann trotzdem gekommen und werden das habe ich schon wieder ganz ausgewählt ok ja das ist das könnte natürlich auch noch mal vor allem wenn du natürlich dann auch die ganzen optionen offen hast und dann schon weißt okay ich würde theoretisch nach die a reinkommen oh gott ja mit der verteidigung der items würde ich sagen haben wir hier trotzdem ein race also alles locations wo jeder spieler relativ früh sein könnte ah gut aber ich sag mal wenn jetzt maria dasselbe bergpläne macht was mimsi jetzt vor dem eispalas gemacht hat wird es schwierig für mimsi jetzt noch zurückzukommen selbst wenn er jetzt direkt zu den locations läuft das stimmt wird sich jetzt hier natürlich ich würde sagen aus wahrheit sich auf jeden fall der berg sehr attraktiv mit hochschott kalt in kurzer zeit die meisten items rausziehen im vergleich zu irgendeinem händen play also für mimsi müsste man jetzt eigentlich hoffen dass maria erst mal nach misery maya reingeht und dort eben quasi nach einem vanilla cane oder wie auch immer sucht meh maria hat hier den key gemisst ja warte ist mimsi jetzt schon bei kurz der ja ich denke beide werden auch da beim bossfeld sich nicht so viel nehmen wir sind mit dem schwert vorteil während maria eben den fire hat und half magic hat ok und da ist kurz der daumen bei mimsi ja für uns wir sind jetzt halt schon im norm mode ähm auch relativ uninteressant was jetzt noch in den restlichen dungeons liegt soweit vielleicht ein schwert noch könnte noch einen kleinen unterschied machen was wir noch nicht gesehen haben das vierte ja auch in tempered of gold ist ne ne also das ist nicht mehr zeit ausmachen aber ja gut kommt drauf an ich denke mal super bunny nimmt man eigentlich dann noch mit auf dem weg nach titi ja vor allem wird maria super bunny auf jeden fall vor spy cave machen das ist wohl wahr und dann ist er erst im go mode und wir hatten gerade glaube ich ein small key auf kurz der ich das was da auch gerade im chat anmerkt die red kommt dass um maria lockt heißt da brauchen wir wir machen ja nicht suchen auf maria seite und da ist das vierte schwert oder hat mich sogar noch ein check es gibt in in ice palace ja das ist natürlich super gefährlich weil ich glaube ice tea kann nie sumaria lockt sein äh ist ja egal er hat er den sumaria aber auf jeden fall könnte da der firewood sein aus seiner sicht ice tea kommst du immer irgendwie hin ja also da ist ja die key logic eh dann egal aber er sucht ja den firewood das ist sehr interessant weil der fire und da definitiv nicht liegen kann vielleicht ist es wegen dem das könnte sein ja ja für das ifa das muss es sein für sie vor okay das ergibt dann ein bisschen mehr sinn ja richtig aber es ist nur eine ruby haut okay es könnte sich natürlich zumindest die smith chain anschließen jetzt äh mit sich sicht aber andererseits haben wir glaube ich auch die gesamte nordroute noch nicht gesehen in der dark world vielleicht ein bisschen verlocken da direkt nach skywoods was dann die smith chain noch mehr isolieren würde ja plus die äh nordroute könnte man mit catfish halt auch kombinieren richtig der auch sehr sehr isoliert da liegt ja deswegen fand ich eben auch dieses äh play in der light world die zora area und die flippers checks machen etwas komisch hat wenn man ja vor allem mit dem mit dem hobo zusammen also das wäre eine sehr sehr schöne gute nachgewesen natürlich für den titel ins karlwoods ja ohne dämlich zu nehmen richtig gut haben weil die frage gerade im chat mal kommt es heißt wir haben den standard start ich müssen erstmal die escape sequence abspielen aber wird es wird von anfang an uns und schwert gegeben und und wo war sie gerade bei colds der das ging glaube ich schneller als sie das sich gedacht hätte okay das ist zeit die mimsy brauche aber entschuldigung erklär erstmal zu ende ja ich war eigentlich am ende also genau im chat kommt es auch noch mal also standard start start boots schwert also da hat man ja definitiv selber nicht mit gerechnet dass auf einmal so viel damage auf einmal kam ich glaube sie da zweimal mit den augen gekuschelt die machen halt vier herzen schaden auf greenmail und ja dann ist da eben noch so ein eisklumpen drum geflogen und dann war es das schon äh maya farmt jetzt hier nochmal die pancators ich weiß nicht was die für ein priceback kommen okay wahrscheinlich nochmal für ein bisschen extra AP sie müsste aber eigentlich auch noch zwei red goose haben also ja wahrscheinlich kam der schaden vorhin schneller als äh ja ja das sie das menu aufrufen könnte definitiv da das muss sehr überraschend für sie gekommen sein vor allem die zwei hits von den augen ich glaube nicht dass sie damit gerechnet hat ja das ist zeit die mim sie auf alle fälle braucht denn er geht jetzt hier die angesprochene nordroute erstmal ab wir wissen da kann jetzt nichts mehr von relevanz liegen vor allem mit dem bomb jump der kostet jetzt auch noch mal ein herz ja wir sollen mal alles an magie eingesammelt was wir irgendwo finden also der der cold stare refight ist auf jeden fall schmerzhafter als der blind refight auf einiges schmerzhafter also allein der weg bis dahin und dann ohne den somaria muss jetzt hier schon eine red guh nehmen er hat noch eine okay und eine goldene biene ich meine die goldene biene auch wenn man sie jetzt nicht offensichtlich einsatz kann man zur not nochmal verkaufen stimmt aber wir haben jetzt erstmal noch mehr als genug groupies ja und dann vergisst es mal jetzt auf den schalter umzulegen ja die nervösität ist jetzt da nooo okay mimsy macht jetzt erstmal tt fertig naja hat wohl jetzt zweimal first try funktioniert ja ja das ist irgendwann ist dann der wurm drin da muss man jetzt nochmal tief durchatmen okay jetzt hat es geklappt und auch an den schalter gedacht jetzt muss man natürlich aufpassen weil da eine pot weg ist ja okay blind refight für die magick und burner ja genau das sollte gar kein problem sein den kannst du eigentlich permanent anlassen ja dann fällt das laken mit den drei köpfen einfach von alleine um so jetzt würde es sich natürlich anbieten die smooth chain auch gleich nachzuhören ja ich denke die sehen wir jetzt wenn die nordroute ja eh schon abgehakt ist dann äh müssten das ja jetzt quasi die nächsten checks sein das würde ihn dann für checkerboard beziehungsweise feiert als setzen ja und das sieht aus aus wenn der schmied jetzt abgeholt wird ja hoffentlich kein tracking fehler also ja ja wenn wir jetzt dass die verhaben dann ist es tatsächlich quasi nur noch ein race zum letzten item so jetzt der riefer nicht auf dem kopf der das neue besser aus ja und meiner folgen kurs der vielleicht einfach nicht oben in die ecke geschlagen bekommen wird nämlich oft auch so ein punkt der den fein einiges schlimmer macht mhm mhm halt das sah jetzt grundsolide aus ok das sollte jetzt schon mal eine kleine erleichterung sein für mymsi weil die chance dass der fire rod in ta ist ist nicht ganz so hoch die chance dass das ifa in ta hätte sein können war um einiges höher also an der stelle sollte er sich auf jeden fall freuen ja ich meine du gibst jetzt wahrscheinlich auch die purple chest noch ab und ist halt verhoffen müsste dann wegflöten danach ist dann schon in der nähe der desert area vielleicht kommt das dann nochmal so der kopf der check der vermeint er kommt direkt oder ist es einfach das desert play ja das wird das meyer play sein ich meine er folgt jetzt dem ifa das ist natürlich noch besser einfach vorher kurz checkerboard cave mitnehmen jetzt ist jetzt ist die gelegenheit sich zu erinnern ja ich hoffe dass er sich danach daran erinnert ja jetzt wird es halt was bringen weil meyer gormoden und je nachdem wo der wiki liegt ok ich kann es aber folgen ganz nachvollziehen ich meine du hast jetzt das ifa bekommen und meyer ist halt ein crystal dungeon dann gehst du da auch hin und kirste auf jeden fall wie gesagt ich hoffe nur dass es jetzt kein tracking fehler ist weil meyer ist mittlerweile auf dem berg und ja ich denke das wird wahrscheinlich in wenigen minuten der komo sein bleibt jetzt eigentlich noch für mimsi zu hoffen dass es sich hier äh um einen sehr späten biki handelt aber wenn es jetzt auch noch ein gott meyer ist dann wird sich hier meyer sehr viel zeit sparen können gegenüber mit sie weil sie hier nicht mehr nach items suchen wird ja also der biki jetzt in der cutscene chest wäre wahrscheinlich das beste was mit mir passieren könnte oder die 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 Das soll ein Silvers, wird ein sehr, sehr angenehmer Gännen-Falt sein. Ja, und der Piki in Remyer-Leak-Vanilla. Okay, das ist gut für Mim-Sieb. Ja. Ich denke, es gibt wahrscheinlich noch das zweite Item. Wir haben vorher ein Herzteil gesehen. Hier liegt das zweite Item. Jetzt kann man eigentlich straight zur Katze in den Chess laufen. Wacht er nicht. Wahrscheinlich so die Key-Logik noch nicht in- und auswendig. Ist in Meier ein bisschen tricky. Sobald ein Small Key in der Kompass-Chess liegt, ist der Wiki auf jeden Fall Vanilla. Ja, das ist auch so die einzige Regel, die ich kenne über die Key-Logik in Meier. Ähm, ansonsten... Die echt manchmal nicht ganz einfach. Ja genau, also das ist eigentlich so das Wichtigste, was du dir merken kannst. Wenn da oben in der Fire-Log-Kiste die obere, wenn da ein Small Key drin liegt, dann ist... Hier, wo Mim-Sieb jetzt hingeht, immer der Wiki. Mich so und warum, das müsste Daruka am besten erklären, das kann ich auch nicht. Ja. So, und Meier jetzt im Gommout. Ja. Ja, Mim-Sieb jetzt ein bisschen strecken müssen. Also, es ist noch nicht verloren, er muss jetzt direkt... Oh Gott, es wird, nein. ...muss jetzt direkt nach Meier zur Checkerboard-Cave gehen. Dann hat er eigentlich noch eine gute Chance. Aber ich würde trotz allem Meier noch leicht vorne sehen jetzt. Aber da ist jetzt noch nichts verloren. Nee, also Skywoods gleich, wenn Mim-Sieb den Fire-Log holt, ist eigentlich auch eine sehr, sehr schnelle Geschichte. Ja. Wo fährt sie ihn in Birtos? Na? Ich glaube nicht. Ich glaube, Meier will die Zeit sparen. Come on! Nooo! Meiner nicht. Ansonsten, der Rest vom Dungeon sollte hier sehr einfach sein. Wir haben ja die Lampe jetzt schon eine Weile. Wir haben dann auch die Silvers für den Boss. Ansonsten hätten wir auch Cape und bei Meier sogar das Buttersword. Aber auch das Tempard reicht. Auf jeden Fall. Alle Optionen stehen uns hier zur Verfügung, damit Vitry es möglichst einfach wird. Ich habe auch beim Meier vorhin nicht aufgepasst, ob sie einen Spooky aufgesetzt hat. Ich würde auf ihrer Seite aber auf jeden Fall die Spec von Meier noch ein bisschen verschnittern. Ich denke, hier so ein halber Misery Meier kommt schon ungefähr hin mit dem Skywoods Play. Ja. Also an der Stelle wäre es glaube ich nur noch ein Execution Battle. Also da ist definitiv noch alles drin. Hier können wir vielleicht gleich noch sehen, ob Meier mit diesem einen kleinen Trick in der Keylogic hier vertraut ist. Wenn das denn hier Mimsy Vitryous mit den Silver Arrows bearbeitet. Das ist wirklich dann nur ein Schuss pro Auge und zwar für das Große. Ich hätte nicht ganz den Zero Cycle hinbekommen, aber halb so wild. Und ja. Ich glaube Meier heißt Bescheid. Direkt für die Cutscene Chest. Ja. Also da wird sie sich auch noch mal ein bisschen Zeit sparen können gegenüber Mimsy. Ja, genau so wie hier oben. Die Steine. Ich musste Mimsy auch komplett beiseite schieben in der Lampe. Ah, richtig. Gut. Oh, das sieht gut aus. Oder geht er bitte nicht nach der Seite? Der Seite? Nein. Oh, sehr gut. Ja, perfekt. Okay, wir haben ein Rennen. Okay, also das... Ich denke allerdings... Mal gucken, wer wird denn als erstes jetzt hier den siebten Kristall enthalten? Wahrscheinlich schon Meier. Ich denke schon, ja. Ja. Gerade mit Spooky wäre sie dann superschnell da. Aber jetzt ist noch alles da. Wenn ja nichts viel geht, hat Meier den Crystal auf jeden Fall, äh, paar Sekunden früher. Ich bin ein bisschen getrollt von der Anti-Fairy. Ja. Oh Gott, und natürlich unter dem einen Busch muss ein Greenguard sein bei Mimsy. Das ist echt der Wahnsinn. Öffi's Law. Aber es war kein Spooky, glaube ich. Also ich hab... Vielleicht lag's abzus kurz streamen, aber ich hab auf jeden Fall keinen Staub hier unter den Füßen gesehen. Ja, dann, äh... Sind beide relativ zeitgleich wahrscheinlich sogar. Naja, war ja noch ein Ticken vorher. Bei ihrem letzten Crystal Dungeon Boss. Ja, unabhängig davon, wer von beiden hier den letzten Crystal zuerst macht, können wir ja schon mal das Big-Key-Guessing-Game erklären. Das ist dann deine Ehre. Oh, meine Ehre. Aber das ist... Da freu ich mich doch jedes Mal drauf. Ähm, ja genau. Das ist das GT Big-Key-Guessing-Game. Äh, wer auch immer von beiden jetzt den siebten Crystal zuerst kriegen wird... Äh, nee, Quatsch. Wir machen so rum, wer jetzt zuerst betritt, ne? Ne, der Crystal... Oh, wait. Wir starten das Spiel, sobald der siebte Crystal hinten ist, aber... Je nachdem, wer zuerst, äh, GT betritt, äh, bei dem zählen wir quasi die Checks mit. Richtig, richtig. Naja, auf jeden Fall kurz rum erklärt, äh... Sobald wir jetzt hier den siebten Crystal sehen, wahrscheinlich bei Maya, ja. Äh, dürftet ihr dann eure Zahlen von 1 bis 22 in den Chat schreiben. Mal gleich mit Announcement. Also schreibt eure Zahlen von 1 bis 22 in den Chat, wo ihr denkt, dass in Gannon's Tower sich der Big-Key befindet. Wir zählen dann bei dem Spieler... Beziehungsweise der Spielerin, äh, die zuerst den Tower betreten wird. Und ja, du kannst ja auch mal mitwetten, was tippst du denn? Ungemacht, wie immer. Der Big-Key liegt immer auf der 13. Wie immer auf der 13, okay, dann sag ich immer auf der 13. Dann sag ich immer auf der 13. Haben Sie immer ein bisschen Problem, leider, mit der Motto? Ja, man gibt ja jetzt den Refill nach dem Fight. Und ja, ja, dann geht's auch ab auf den Berg. Also das ist jetzt echt. Wir können mal hoch-time-wann Maya GT betritt. Ich würde behaupten, das sind so anderthalb Minuten vielleicht. Das kann schon das, äh, Routing in GT ausmachen. Auf alle Fälle, also das ist jetzt noch alles, äh, drin jetzt hier mit Big-Key Routing. Je nachdem, wo der Big-Key liegt. Ich meine, er liegt auf der 13, aber das ist halt... Kommt drauf an, wie die beiden sich hier entscheiden zu laufen. Ich meine, du kannst auch den Talgüter als Nummer 13 machen. Dann kriegst du immer irgendwie hin. Richtig. Ah, okay, Mimsy holt sich jetzt hier nochmal Potions. Ah, nur eine! Nicht unbedingt Zeit, die er hat gerade. Nein! Ich meine, er weiß es nicht, aber... Wenn's ihn sicherer spielen lässt, dann ist es vielleicht eine gute Investition. Ich hab nie sterben schneller als sterben. Das ist wohl wahr. Eine, eine alte Weisheit. Alte random Weisheit. Boah, also jetzt letzte Chance, nochmal die Zahlen in den Chat zu schreiben. Sobald Maya dann in GT drin ist, stoppen wir da das Spiel. Und zählen bei ihr, unabhängig davon, äh, ob Mimsy den Big-Key dann vielleicht doch zuerst findet. Richtig. Ja. Und wir sehen, Red-Sand-Play. Genau, das wird's noch nicht unbedingt was heißen. Je nachdem, ob hier ein Small Key ist. Oh, ist kein Small Key. Ja. Das heißt, äh, Maya wird vielleicht die Left-Set jetzt komplett durchlaufen. Ja. Und falls nehmen sie sich dann dazu entschließend, einen Dark Magician zu machen, ähm, ist das echt spannend. Ja, das wär jetzt so das beste Szenario für Mimsy. Wenn er irgendwie den Big-Key im Kompass-Raum finden könnte, nach einem Dark Magician-Play. Also Dark Magician heißt eben, dass man erst nach links geht und jetzt hier in dem Raum, wo Maya ist, die vier Kisten öffnet und dann eben spiegelt. Dann nach rechts durchgeht. Maya kennt hier auch die Stalfos. Ja. Und dann hat man garantiert immer mindestens einen Small Key, um auch zur rechten Seite quasi durchzugehen. Das wird richtig spannend jetzt. Ist ne gute Minute Unterschied. Kann gleich schon wieder weg sein, aber Mimsy läuft auch nach rechts. Ja. Oh, das war, äh, du hast natürlich fleißig mitgezählt, ähm, zwei, drei, sieben, acht, oder? Ja. Müsste die acht gewesen sein. Und die acht hat getippt als erster Creasy in meinem Chatverlauf. Und auch Bloody God, wahrscheinlich so ziemlich gleichzeitig. Ja, also dann herzlichen Glückwunsch an Creasy und Bloody God. Ihr habt das Spiel hier mit gewonnen. Ruhm und Ehre. Ruhm und Ehre. Müsst ihr euch teilen, also nur einer kann was haben. Entweder Ruhm oder Ehre. Ja, macht das unter euch aus. Früher hätt's noch schöne Punkte auf dem Leaderboard gegeben. Ja. Dann hat man eine Zeit lang mal noch ein Cutterboard. Aber das gibt's auch nicht mehr. Ja, also hier dann vielleicht ganz gut für Mimsy, dass er keinen Dark-Mit-Tischen gemacht hat an der Stelle. Ja, auf jeden Fall. Äh, hat jetzt hier auch seinen Biki. Also, es ist noch nicht ganz durch, aber es ist jetzt definitiv eine Aufholjagd. Diese Räume, die jetzt hier natürlich kommen, das sogenannte Gauntlet, wo Maya sich befindet. Sehr execution-lastig und macht das hier super schnell in die ersten zwei Räume. Das sieht gut aus. Mit dem Fire Rod und der Half-Magic kann man auch ruhig mal los spammen. Ja, bin 10. Sehr schön hier die Räume. Also wirklich super schnell von Maya. Das ist erstmal eine Ansage. Das muss Mimsy erst mal nachmachen quasi. Ja, dann muss man ja immer noch ein bisschen Potenzial zu trollen. Ja. Gerade mit den Silvers. Aber nicht Maya. Sehr schön bei uns. Mimsy, äh, sich sehr sehr strecken müssen. Ja. Also ich sehe bisher noch kein Potenzial, hier eine Minute aufzuholen. Aber wir haben ja noch was vor uns. Genau. Das Spiel ist erst vorbei, nachdem wir die Brücke überquert haben. Nach dem Schweinchen. Ja. Dass du die Brücke als finalen Endpost noch erwähnst. Ja, ja. Auch daran sollen Spieler schon gescheitert sein. Ich glaub, da ist jeder schon mal runtergefallen. Ja. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann, nach Ganon noch mal runterzufallen. Ja, Mimsy nimmt hier auch den Fire Rod zur Hand. Geht hier auch recht platt durch. Ah, hier der eine ist der Sack. Ja, das sah bei Maya ein bisschen cleaner aus. Sie ist schon auf dem Weg zur Pre-Moldom-Chest. Ja. Auch wenn sie jetzt hier mit dem Powder, wird jetzt keinen so schönen Cycle bei Landlord 2 bekommen. Ne, benutzt auch gar nicht erst die Silver Arrows. Geht hier stattdessen auf Tempered Spins. Ja, ein kleiner Nachteil ist natürlich, sobald diese Todesanimation von einem dieser Lan Molas kommt, kann man halt auch kein Item wechseln. Ich denke mal, er wollte da schon etwas früher auf den Fire Rod wieder zurück wechseln. Das hat auf jeden Fall trotzdem Zeit, die kostet im Vergleich. Ja. Auf alle Fälle. Also der One-Cycle war super schnell und Maya jetzt auch schon bei Aga 2. Ja. Also da müsste jetzt schon viel passieren. Damit Maya jetzt hier wieder Rüstung gerät. Zum Beispiel einen kostenlosen Triple einfach hergeben. Also das war leider gar kein Treffer. Aber da hat er natürlich einen schönen Triple gemacht. Ja. Ausgleichen die Gerechtigkeit. Ja, das sind jetzt aber Sachen, die Mimsy tatsächlich braucht an der Stelle. Okay. Aber trotzdem noch akzeptabel. Auf jeden Fall, mit dem Equipment fühlt man sich eigentlich bei Gärnen relativ wohl. Also ich glaube, besser geht's nicht. Nee. Ich glaube, wir haben wirklich alles, was du dir wünschen könntest. Wenn Maya hier jetzt nicht stirbt oder runterfällt, dann holen sie den Sieg hier nach Hause. Ich denke auch. Jetzt einfach nur die Nerven bewahren. Sauber runterspielen. Ich meine, du kannst dich hier auch ein paar Mal treffen lassen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Die hat, glaube ich, auch noch mal Potions eingekauft. Also... Auch da sollte irgendwie nichts anbrennen. Gerade mit dem Buttersword schaffst du ja auch immer die One-Cycles in den ersten zwei Phasen. Die sind ja quasi auch geschenkt dann. Es sind dann nur sechs Slashes statt eben zwölf mit dem Tempott. Der ist jetzt hier auch schon in Phase 3. Mhm. Also jetzt müsste es schon zu einem Tod oder zu einem Fall von Maya kommen, damit jetzt hier noch was anbrennt. Ich hab die Gannon-RNG auch für beide Spieler gleich, also... Die Warps, die Maya jetzt hier gerade... Unglücklicherweise hat, wird man sie gleich genauso haben. Ja. So, da ist der erste Silversit drin. Vier Stück brauchen wir insgesamt. Ah, schön. Fast den Triple. Ja, also... Fast perfekter Silverscannen hier. Das war super. Wenn jetzt bei der Brücke nichts mehr schiefläuft. Alles sicher. Ja. Dann schreibt eure GGs in den Chat. Maya gewinnt hiermit das Spiel 3. Und zieht damit ins Upper-Bracket-Final ein, von Gruppe L. Ja. Race-Time-Room-Zeit ist 1.26.54. Und jetzt sehen wir auch noch einen schnellen Gannon-Fight hier auf Mimsis Seite. Warum nicht? Wenn man es schon mal soweit geschafft hat, dann kann man es auch noch zu Ende bringen. Ja. Er wird vielleicht auch schon... Er wird vielleicht schlecht an, um in Anführungszeichen gesnipet zu werden. Ja. Richtig gutes Race hier. Ja, das ist auch schon Maya. GG an dich, Maya. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. GG. Ja, wie fallst du denn den Seed? Also, es war ganz gut, eigentlich. Ja. Am Ende hatte ich ein bisschen Wammel, wegen dem Colts sehr tot. Ja, da hat man dann in Ice Palace ein bisschen gemerkt, dass dir da vielleicht die Nerven ein bisschen durchgegangen sind beim Bomb-Jump. Aber ich glaube, du hast dich da sehr, sehr gut wiedergefahren. Genau. Mit dem Bomb-Jump ist inzwischen eher fehlende Praxis. Brauchten wir ja kaum noch heutzutage. Das stimmt. Ja. Mimsi konnte ich übrigens auch ersparen. Oh, du fällt hier leider. Ah. Das tut weh. Ja, man muss den Gen-Fight jetzt leider noch mal von vorne beginnen. Aber gut, das passiert. Aber ja, hat es auf jeden Fall unglaublich spannend gemacht. Also, ich würde behaupten, ab. Kakariko, habt ihr zwei komplett unterschiedliche Routen eingeschlagen? Telefon? Und die zwei, äh, was ich sagen wollte, die zwei unterschiedliche Routen, die haben sich bis zum Ende durchgezogen. Also, es war unglaublich spannend. Habt euch dann in Swamp Palace quasi nochmal abgeschlagen. Und ab da ging es dann komplett unterschiedlich für euch weiter. Heute habe ich auf jeden Fall mal versucht, nicht zu gammeln. Das ist mir in den Weeklys immer auf die Füße gefallen. Und heute war's die Zeit, würde ich behaupten. Heute war's auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Also, Swamp war unglaublich stacked, vor allem mit Lampe und, äh, Silvers. Ich weiß nicht, wie du dich gefühlt hast, als du da beides rausgezogen hast, aber die Kombination ist echt nice. Ja, Lampe war nett jetzt, aber entsprechend der Dungeons nicht zwingend notwendig. Nee, aber wenn du eins von beiden nicht holst, holst du wahrscheinlich beides nicht. Und dann stehst du am Ende Silberless ohne Lampe da, je nachdem mit welchem Schwert. Weiß ich, ob du das da schon im Hinterkopf gehabt hast, aber, äh... Ja, Silberless ist jetzt kein Problem, aber war auf jeden Fall ganz gut, nur für den Fall, dass mein Gegner das Gold hätte ich nicht. Wäre ein bisschen drauf geworden, wenn's dann Silberless Master Sword gewesen wäre, aber... Genau. Ja, auf jeden Fall, weil eben auch Maya ein Crystal war, hat sich das doppelt gelohnt. Also, die Lampe und die Silbers. Ja. Allein, das war das Zeitinvestment, glaub ich, wert. Was ich halt nur interessant fand, ist, dass du auch direkt nach Swamp gegangen bist. Hat sich angeboten, dann halt über Swamp, dann Seastown und bis dahin hatte ich gehofft, dass ich den Fire Rod kriege. Okay, also machst du das doch... Weil ich, ich schieb das nämlich immer gerne auf, äh, für den Fall, dass ich vielleicht die Left Side, sozusagen, erstmal skippen kann, und das hab ich auch mit Du und so besprochen, der würde es dann auch erstmal skippen. Was jetzt hier in dem Fall wahrscheinlich nicht so die allerbeste Entscheidung gewesen wäre. Kommt natürlich immer drauf an, denn... Also... Ist im Grunde eine Fifty-Fifty-Entscheidung. Hätte natürlich auch mit Seastown anfangen können und dann Richtung... Port, sozusagen über Swamp. Also er hat sich beides jetzt nichts genommen, von meiner Seite aus. Ja, man geht nach GG's an Mimsy. Der hier, äh, mit einer offiziellen Zeit von 1.30.58. finished. Genau, er hat uns auch ein sehr gutes Race gezeigt. Ich glaub, was, äh, was ihm ein bisschen zum Verhängnis wurde, ist, dass er quasi bei seinem ersten Trip in die Maya Area den Checkerboard Cave geskippt hat. Ah, da hatte ich mir auch schon überlegt, als ich das da einmal runtergefallen bin, ob ich sie dann überhaupt noch mitnehme. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ich bin dann erstmal runtergefallen. Ich bin dann zum Glück nochmal zurückgelaufen. Ja. Das wäre auch Fatale gewesen, ja. Und jetzt auch Mimsy hier im Interview. Ja, GG. Yo, GG's raus. An dich, Mimsy. Dann hör auch GG zurück an Maya. Ja, ja. Ja, war ein unglaublich spannendes Race. Ähm. Deine, deine Route war auf jeden Fall sehr interessant und ich hab dich auch sehr gelobt. Gerade das, äh, frühere Bergplay hat sich sehr ausgezahlt, ne. Da war ja wirklich erstmal alles, was man am Anfang haben wollte. Ja. Also der Hammer, die Moon Pearl. Und auch die Entscheidung, dass du halt erst auf die rechte Seite gegangen bist, war super. Du hattest ja dann auch quasi das extra Equipment schon für Hera bereit. Ja, da war ich sehr froh. Da hab ich mich ziemlich gut eigentlich gefühlt. Nur, ähm, im Endeffekt hab ich dann gemerkt, hab ich zwar in Maya ja dann irgendwann das Medallion gecheckt, hab Maya Chat mitgenommen und mir dann gedacht, ja, im Rest wird schon nix sein. Genau. Und hab dann leider die Fire Rod. Die sind später erst geholt. Bis dahin fand ich aber lief's eigentlich ganz gut. Ja, den Fire Rod hatte Maya ja relativ früh. Wir haben uns schon gefragt, ob du jetzt vielleicht irgendwie ohne Map-Tracker gespielt hast oder so, und das einfach dann für dich Metall schon abgehakt hast, aber du bist ja dann direkt nach Maya auch hingegangen. Ähm, ja, das ist sehr schade. Ja, ich hätte einfach gesagt, ja, der wird schon nix sein. Ich will jetzt schnell irgendwie erst durch die Dungeons durch und, äh, da wird er schon irgendwo auf dem Weg liegen. Leider doch nicht. Ja. Weil dann der Gremble, dass ich auch in Skull Woods schon ohne Fire Rod mal rein bin, in der Hoffnung, dass er vielleicht einfach da liegt. Das waren dann die Minuten, die am Ende gefehlt haben. Auf jeden Fall. Wir haben vorhin schon gesagt, ihr habt, äh, zwei unterschiedliche, komplett unterschiedliche Routen gehabt. Aber was ihr beide am Anfang gleich gemacht habt, ist der, äh, Check von der Aga-Ledge. Wie habt ihr euch den Gefühl, dass ihr da das Quake-Up liegen sehen? Mh, durchwachsen, sag ich mal. Also auf der einen Seite wusste man dann schon mal, ja gut, da liegt ein Medaillon. Wenn man es braucht, kann man es relativ fix holen, man muss es nicht mehr suchen. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer blöd, wenn man weiß, ja, es könnte auch sein, dass du vor dem allerletzten Dunwin noch Aga machen musst. Boah, ich fand's jetzt nicht so wichtig quasi, weil... Heißt einfach nur, dass ich müsste mal so früh wie möglich checke. Turtle Rock, wenn's sich ergibt. Aber war jetzt nichts Weltbewegendes, fand ich. Mit den zwei Pendants in der Lightbuild hätte das auch, äh, schon mal sein können, dass ihr zwei Medaillons braucht. Das war ein bisschen lucky. Und auch mit den unterschiedlichen Go-Modes. Also, äh, Wimsi hatte ja den Fire Rod zum Go-Mode. Den so Maria ein bisschen früher gehabt. Und du wusstest da zu dem Zeitpunkt ja auch schon, dass wir, äh, Quake brauchen, um nach TA zu gehen. Da haben wir ja schon ein bisschen drüber gemutmaßt, dass, falls du wirklich da unten Checkerboard weggetrackt hast, dass wir dann, äh, eventuell doch noch auch AKGs. Ja, das hätte auf jeden Fall gedauert dann noch. Ja, ja. War auf jeden Fall ein bisschen glücklich bei mir, dass ich's... Die große Aachen-Rundfahrt hätte ich da dann gemacht. Also, ich fand's, äh, ganz praktisch, dass es bei mir, äh, Samaria war als Last Locay... äh, also als letztes Item. Dass ich dann schon Turtle Rock und, äh, die Pyramid Fairy ausschließen konnte damit. Ja, generell, du hast sehr gut aufgepasst, finde ich, was die Logik ankommt. Auch in Misery Mire, dann später mit dem Key Layout. Ja, das ist einfach mein Standard-Routing quasi. Also, wenn ich da einen Key finde, dann gehe ich automatisch mal Cutscene Chests. Also, es ist ja... Pflicht quasi, dann, wenn man die Logik kennt zumindest. Also, sehr, sehr nice zu sehen. Das ist für mich auf jeden Fall dann nicht. Ich hab' auf jeden Fall die Cutscene Chests als letztes gemacht. Ja, muss man natürlich auch erst mal wissen. Ja. Genau. Also, das war, glaub ich, aber auch nicht der ausschlaggebende Faktor. Also, was Maya halt wirklich sehr zugute kam, war halt dieses IFA sehr früh zu haben und den Fire Rod sehr früh zu haben. Wie du schon gesagt hast, eben den Sumaria als Go-Mode war halt super angenehm. Und, ja. Kleiner Vorteil, dass der Sumaria für Mimsi war halt noch ein Ice Palace. Weil da hat Maya dann doch relativ viel Zeit gelassen, aber es hat dann doch am Ende nicht ganz gereicht. Ähm, so. Ja. Jetzt, ähm. Ja. Nee, erzähl. Äh, genau, jetzt, äh, eure nächsten Gegner wollte ich jetzt eigentlich nur noch mal kurz ansprechen. Äh, Maya, du wirst gegen Creasy dann antreten. Äh, ihr habt jetzt, glaub ich, noch mal eine Woche Pause, ne? Ja, also theoretisch kann man schon anfangen. Achso, ihr könnt schon anfangen? Okay, das wüsste ich gar nicht. Und Mimsi, du wirst gegen Menduo antreten. Mhm. Äh, ja, habt ihr da schon irgendeine Historie mit den Gegnern? Oder wie seht ihr euch da? Also, mir persönlich sagen die beiden jetzt nichts. Aber ich hab mir halt ein Match letztens nochmal angeguckt. Wird man dann sehen. So. Also ich persönlich kenne sie jetzt auch noch nicht. Äh, ich weiß nicht, vielleicht mal in einem Ladder irgend, aber ich glaub's nicht. Kann mich auf jeden Fall nicht daran erinnern, dass ich mich auch gegen einen von den beiden, die wir mal gespielt hab. Ähm, wären auf jeden Fall interessante Races. Und ich hoff, dass ich mich noch im Trainier irgendwie halten kann auf jeden Fall. Ja, generell eure Gruppe jetzt, äh, beide Matches in der ersten Runde schon über drei Games gegangen jeweils. Also, das verspricht auf jeden Fall für einen spannenden Verlauf auch in den nächsten Matches. Also, da können wir uns gespannt halten in Gruppe L. Da wird's spannend bleiben, da bin ich mir sicher. Definitiv. Ja. Dann wünsch ich euch auf jeden Fall viel Glück für eure nächsten beiden Matches. Danke. Ja. Also, war ein super spannendes Race, hat mir viel Spaß gemacht, das zu kommentieren. Dann geht's auch noch mal an. Danke fürs Restream auf jeden Fall. Ja. Schau ich mir auf jeden Fall dann nochmal an. Genau. Das kann ich auch jedem nur empfehlen, äh, der jetzt hier mit teilnimmt am Turnier. Guckt euch das ruhig nochmal an im Restream, wenn ihr das hattet. Oder eben dann die VODs nebeneinander. Ähm. Dann sieht man halt auch wirklich an welchen Stellen man die Zeit verloren oder gewonnen hat. Und worauf man vielleicht beim nächsten Mal dann achten kann. Ähm. Also das hilft ungemein. Gerade auch solche simplen Sachen wie jetzt die Keylogic in Maya, das kann man ja sofort anwenden in seinem nächsten Spiel. Und dann, das ist wie so ein Fehler, den macht man einmal und dann nie wieder. Also das hilft ungemein, äh, schnell besser zu werden. Einfach nicht nur spielen, sondern sich dann auch seine, seine Spiele nochmal anzuschauen. Und ja, genau, dann, äh, auch nochmal vielen Dank an Daruk fürs Tracken. Ähm. Dann war's erstmal von meiner Seite. Würde ich jetzt nochmal das Wort an euch weitergeben, an Duden und an die Spieler. Ja, äh, würde ich dann ganz kurz nochmal mich bei euch allen bedanken, dass der Restream, äh, so geklappt hat. Äh, hat auf jeden Fall, äh, die drei Races alle. Sehr viel Spaß gemacht gegen Maya und, ja, vielleicht sieht man sich ja in einem anderen Restream in der zweiten Runde nochmal. Jo, bestimmt, also, äh, wenn Maya jetzt noch was, äh, loswerden möchte zum Seed oder zu den nächsten Spielen. Ich freu mich auf jeden Fall auf die nächsten Matches. So, von mir war's das schon. Ich glaub, das können wir alle unterstreichen, also, äh, wir werden noch viele Matches die nächsten Wochen vor allem jetzt ja in der Gruppenphase haben. Heute Abend, äh, ist, glaub ich, weniger. Wir haben, glaub ich, grad noch zwei Races am Laufen, einmal auf Speed Gaming, 2, äh, Nightclaw gegen Big Tobi. Und ohne Restream spielt gerade Lackus Joe gegen Galderan. Und beide um 8 Uhr angefangen, also, sind ja schon ein Stündchen drin. Wird sich aber bestimmt lohnen, da noch reinzuschauen, die freuen sich bestimmt. Und, äh, ja, von meiner Seite auch noch mal ein großes Danke an alle, die hier beim Stream mitgewirkt haben. Ich glaub, äh, ich glaub, aufgesetzt haben, dass heute die Sandra und Tyrannos zusammen. Und natürlich auch am Winter hier als Co-Kommentator. Und die beiden Runner. Folgt denen auf jeden Fall, äh, auf Twitch. Die freuen sich immer, wenn da Leute zugucken, wenn die noch einen Follower dazu kriegen. Und, äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal.